Ina Schweitzer auf dem Weg nach Kleinrinderfeld. Der Ort ist für seine lebendige Kunstszene überregional bekannt. Und hier entstehen immer neue Kunstwerke. Sogar im ehemaligen Lebensmittelladen ist jetzt ein Atelier. Von Frauen für Frauen. Wagen, wonach der Sinn steht. Ich freu mich immer aufs Malen. So ein schöner Ausgleich und so eine tolle Tätigkeit. So kreativ sein ist einfach meins. Es macht sehr viel Spaß. Einmal die Woche trifft sich Ina Schweitzer hier mit Gleichgesinnten zu Kunst im Laden. Sie freut sich auf ihr künstlerisches Experiment. Ich möchte heute gerne eine Skulptur auf einen vorher gemalten Hintergrund bringen. Diese Figur herausarbeiten aus diesem abstrakten Hintergrund. Jede der Frauen arbeitet für sich. Doch der Austausch ist allen wichtig. Eine eingeschworene Gemeinschaft seit 2014. Und jetzt heißt es loslegen. Diese Sitzhaltung, die diese Figur hat, zu übertragen auf das Bild, ist nicht so einfach. Deswegen gibt's ja auch lange Übungen mit Aktzeichnen. Das hab ich nicht so. Ich werd's jetzt versuchen. Aber das ist schwierig, das proportional gut auf die Leinwand zu bringen. Und auch der Figur einen Ausdruck zu geben. Ina Schweitzer liebt die Reise, die sie ins unbekannte Kreative führt. Kurt Grimm ist mit Kunst aufgewachsen. Schon sein Vater war, wie er, Bildhauer und hat den Ruf von Klein-Rinderfeld als Künstler-Dorf mitgeprägt. In einer Kunstschmiede im nahegelegenen Dettelbach macht er heute Bänder-Skulpturen. So, in diese Richtung soll's gehen. Es wird spektakulär werden. Wir werden jetzt massive Eisenbänder durch diese mächtige Maschine rollen. Werden sie dann später mit Radlader auseinanderziehen. Ich freu mich jetzt schon drauf. Gleich will er Stangenware in Kunst verwandeln. Das Schwierigste ist eigentlich das Rollen des kalten Stahles, der ja ziemlich massiv ist. Auch wieder das Auseinanderziehen, das kann man also nicht händisch machen. Da braucht man ein schweres Gerät. Das haben wir jetzt angefordert. Das wird heute im Laufe des Daches kommen. Nur Werkstattmeister Karl Mark und sein Mitarbeiter Fabian Bergmann dürfen die für die händegefährliche Roll- und Biegemaschine bedienen. Stopp, fangen wir jetzt. Weiter. Vorsicht. Die Einstellung der Maschine hat gepasst. Aber gelingt auch die gewünschte Spiralform? Ja, das schaut gut aus. Die Rundung läuft schön durch. Nach oben etwas konisch. Schöne Linienführung. Jetzt können wir sie vielleicht später noch ein bisschen auseinanderziehen, aber die ist perfekt. Die kürzeren Stahlbänder können gleich in Spiralform gebracht werden. Diese hier sind länger und werden zunächst zum Ring geformt. Sehr schön, sehr schön. Hier wird die Spiralform erst später entstehen. Dafür wird nun schon ein Loch geschweißt. Perfekt, prima, super. Bei Kunst im Laden bekommt der Frauenakt langsam Kontur. Doch die Figur macht es der ehemaligen Psychotherapeutin nicht ganz leicht. Zufrieden ist Ina Schweitzer mit ihrer Vorzeichnung noch nicht. Also das stimmt von den Proportionen her auf jeden Fall noch nicht. Können die anderen helfen? Also ich habe jetzt mal den Kopf reingemacht und es ist nicht ganz wie jetzt die Figur vielleicht. So. Dass man so eine Linie hat, ne? Ja, so. Ah, dann kommt der Mund auch ein bisschen weiter rüber, ne? So. Okay. Und dann ist das Auge ein bisschen weiter rein, ne? Ja. So ein bisschen rüber. Marianne Wilke hat den Blick für die richtigen Proportionen. Du vielleicht. So, ne? So. Da mehr als da, ne? Super. Ja. Ja. Ist besser. Bei einer Würzburger Malerin habe ich lange Perspektiven gelernt und Schatten und Formen rauszuarbeiten mit Bleistiftzeichnungen. Einige sind schon im Ruhestand und haben mehr Zeit für die Kunst, wie die Berufsschullehrerin Lisa Kämmer warnt ins Leben. Christina Lange, die bei einer Krankenkasse arbeitet und die Apothekerin Marianne Wilke. Jede hat andere Vorliegen. Beim Rosten verarbeitet die heilpädagogische Förderlehrerin Gisela Adam Eisenspäne. Also, das wird jetzt 24 Stunden arbeiten und dann trocknet es und dann kommt ein rostfarbene Experiment heraus. Und ich würde Ihnen gern ein Bild zeigen, das ich schon angelegt hab, wie das danach nach diesem Prozess ausschaut, das würde dann so aussehen, zum Beispiel. Hier hab ich dann schon über ein altes Bild einfach diesen Rost angelegt und dann würde ich an dem Bild weiterarbeiten. Inna Schweizer ist jetzt bei der Nase angelangt. Und, zufrieden? Nein, aber sie wird schon werden im Laufe der Zeit. Also, was mich absolut fasziniert bei Malern, einen Ausdruck in diese Figur dann reinzulegen. Also, so weit bin ich noch nicht, aber das wäre so mein Streben. Traurigkeit, Freude, Scham, Liebe, was auch immer, dass man diese Gefühle ein Stück weit zum Ausdruck bringen könnte. Das wäre natürlich mein Endziel und ich arbeite dran, aber das finde ich sehr faszinierend. Bei Kurt Grimm sind die bestellten Radlader vorgefahren. Sie sollen nun die zum Ring gedrehten Stahlbänder in Spiralform bringen. Das geht nur mit mehreren Tonnen Zugkraft. Mit der Stange helfen Karl-Marc und Fabian Bergmann nach. Zieh, zieh. Fabi, zieh. Jawohl. Zieh. Perfekt. Zieh. Gut. Weiter. Gut. Stopp. Sieht doch gut aus. Von der Klinge her, oder? Ja, ist gut gegangen. Die Rundungen sind ganz schön. Der obere Teil hat sich langgezogen, der untere ist enger gerollt. Das kann eine spannende Figur werden, ja. Jetzt wird aus den Stahlspiralen eine Skulptur. Insgesamt zwei wird er heute kreieren. Kurt Grimm hat sie schon im Kopf. Doch ein bisschen Improvisation gehört für ihn auch dazu. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Da ist gerade etwas Interessantes entstanden. Moment mal, ja, Moment. Jetzt ist sie unten ganz gebündelt und nach oben löst sie sich auf. Es steht eigentlich auf Stelzen. Also es kippt ein bisschen nach links. Es ist kein Volumen da und deshalb habe ich mich jetzt entschlossen, da kommt jetzt noch mal eins rein, das praktisch den Schwung aufnimmt und hier den Raum nochmal füllt, dass es richtig schön harmonisch nach unten läuft. So, da müssen wir rein. Eine vierte Spirale sorgt für mehr Harmonie in der Komposition. Vorsicht. Jetzt so, ja. Genau, eins zu viel. Zu guter Letzt wird alles fest geschweißt. Das Atelier als Ort der Begegnung, das ist der Wunsch der Künstlerinnen. Deshalb laden sie zu Ausstellungen ein und präsentieren so ihre neuesten Bilder. Wir sind ja alle keine Profis, soll auch Mut machen zu sagen, das ist möglich. Das entsteht, wenn man zusammen tatsächlich malt und Spaß hat. Dieser künstlerische Geist könnte vielleicht auch noch andere beflügeln. Kurt Grimm hat seine Werke jetzt nach Kleinrinderfeld zu sich nach Hause gebracht. Sohn Andreas hilft beim Ausladen. Die neuen Skulpturen müssen später noch sandgestrahlt und patiniert werden. Sein Garten, eine Freiluft-Ausstellung. Skulpturen mit edler, rostiger Patina. Auch die neuen Kreationen sollen später so aussehen. Die Werke des Bildhauers werden deutschlandweit ausgestellt. Würde er nicht lieber in der Großstadt leben? Das Wichtigste ist die Kunst. Und die Kunst kann man ja dann in die Welt tragen. Ich bin sehr oft unterwegs, Wochen teilweise. Und wenn's dann aber wieder mal genug ist, freue ich mich, wieder zurückzukommen. Auch diesen Brunnen im Ort hat er gestaltet. Es gibt also viel zu entdecken. Kein Wunder, dass Liebhaber von nah und fern gerne hierher kommen. In den Künstlerort Kleinrinderfeld. alles. Musik www.b-btist十-lLotsة. 74